Das Finale der A1 eSports League Austria. Diesmal gewinnen wir. Rise of the Legends. Live am 15. Juni in Wiener Gasometer. Jetzt Tickets sichern unter a1esports.at Maximaler Trigger in der Suchefolge in 6, Jungs. Ey, Lama rotz jetzt hier nicht auch noch rum. Er wird nicht frech jetzt, sonst hast du gleich eine, ja? Du Bastard. Ich geh jetzt, ich geh jetzt alleine wieder. Tschö, Winnie. Hier ist Cosim Sada und wenn es will, fährt jetzt. Wo? Einer tot. Ich geh jetzt von zurück. Ich geh jetzt von zurück. Und ich bin nicht hier. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich geh, geh. Ja, geh, geh. Geh, geh. Das ist Herr Bergmann. Herr Bergmann. Herr Bergmann ist so ein Erdermann. Herr Bergmann ist so ein Erdermann. Herr Bergmann ist so ein Erdermann. Herr Bergmann ist er absolut so ein Erdermann. Oh Mann. Oh? Action, starte. Action. Mini will dich backstappen. Let's go. 5 Sekunden. Ey, macht die Ansage? Ja, ey. Ey, was gehabt, Leute? Herzlich willkommen. Ey, es ist wieder so ein Massaker hier. Ain't nobody bringing us. No, 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 no. Ey, komm nicht rein. Ja, ich bin drin. Wasser ist noch Gift, safe call, oder? Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Nein, Wasser ist kein Gift. Alles klar. Okay, Jungs. Ihr wisst wohin, oder? Milch ist aber Gift. Ich hoffe mal, die haben jetzt Stärken gefixen. Wenn ich dann Nether bin und wieder Stärke haben. Hast du immer noch Stärke im Inventar? Ich weiß, es sieht aus wie Stärke, aber beim ersten Mal sah es schon aus wie Stärke so. Oh nein, Norris, die Hunde sind tot. Nein. Ich hab auch noch Stärke. Ich hab auch noch Stärke. Ja, aber man kann theoretisch Stärke auch. Ey, Jungs, kann irgendwer von euch irgendwas stacken? Mein Inventar ist voll. Ich hab den Loot von Phil bekommen. Kann irgendwer Äpfel stacken? Ich kann Äpfel mitnehmen. Ich kann Äpfel stacken. Ich laufe, by the way, mal in Richtung Rosten, weil ich mich da mit Stärke gekriegte. Wir müssen trotzdem... Ey, 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 Jungs, 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 Jungs. Wer kommt? Das Fabi, das Fabi, offenbar. Wir machen jetzt One versus One. Basti und ich machen One. Wer hat den Gomez-Skin? Ah, das ist so hoch. Vini, äh, place mal ganz kurz Envy bitte. Sag mal, jetzt geht ja mal die Post ab. One versus One? Vini, ohne Mist. Ich hab die Warte. Ich hab die Warte. Ich hab die Warte. Das ist das, worum wir kämpfen, okay? Du hast zu viele Facts gemacht. Okay, ja, Mann. Du schuldest uns so oder so noch zwei Dias. Und wenn ich dich kill, hab ich eh drei. Okay. Hast du deine Waffe gezückt? Ich hab meine Waffe gezückt. Bist du bereit, Basti? Ich halt sie auch, ja. Tee runter. Okay. Schere, Stein, Papier. Ich hab Papier. Was hast du? Papier. Nein, du trollst. Nein, ich hab Papier. Ja! Oh Mann, fuck Junge, ich hab Stein. Eieieiei. Mann, ich hab vorhin noch, ich hab vorhin Mindgames gemacht, dass ich gesagt hab, ich nehm Schere. Kann man... Kann man... Kann man... Kann man das konfirm, hat der wirklich gerade Papier gemacht? Ich hab Papier gemacht. Ja, ja, hat er, hat er, hat er. Okay, move mich runter. Ja, das nächste Mal was? Ja, das nächste Mal was? Du kleiner, du kleiner Typ. Ey Jungs, habt ihr zufällig... Ich hoffe, du hast was gelernt draus. Ja, okay. Glaub ich nicht. Wow, wow, wow. Ich hab so Angst vor diesem Enderman. Ja, Alter. Du hast erst mal gegen einen Enderman gegappt. Letzte Folge. Ich krieg Flashbacks. Ah ja, genau die Dears. True, actually. Oh, Papier, Papier, Papier! Er ist mit Schaufel! Hahaha, wie er läuft! Hahaha, wie er läuft! Hahaha, wie er läuft! Soll ich... Ich frag mal nochmal in den Chat, Dig. Ähm, wollen wir noch kurz, ähm... Wollen wir noch kurz, ähm... Okay, ihr macht schon. Okay, cool. Ihr habt unsere Pickaggs noch, oder? Ähm, haben wir? Die Gearpick? Haben wir? Irgendwer von euch müsste die haben. Habt ihr auch nicht. Hauptsache, steh ich grad im Chat. Darf ich zu euch? Ich bin momentan im Solo hinter mir. Haben die die noch, oder nicht? Ey, haben wir ungeärgentlich Big Che baited mit dem One vs One schon, oder? Ist kaputt? Die ist einfach kaputt? Was? Ach komm, Bruder. Wurde ich jetzt aber schon gescampt. Soll ich gift oder incidental? Äh. Ja, aber wenn wir jetzt drauf gehen, dann haben wir alle die Hinweise. Ach du Kacke! Phoenix, halbes Herz Schaden durch Zombie? Halbes Herz Schaden, oder hat der ein halbes? Ja, wahrscheinlich hat er ein halbes durch ein Zombie, oder? Was los? Ja, Bruder, er schreibt Angriff wegen einem halben Herz. Das hast du gemacht, du hast irgendwas Falsches gemacht, oder? Mini? Mini! Mach der. Jungs, da ist eine Hornisse bei mir einen Meter weg. Ich bin jetzt gegen Wien allergisch. Das kalt vielleicht ganz schlecht. Allergie kickt im Suro. Ich sterbe in real life. Geh doch raus! Die ist größer als ich. Das Ding ist, seht ihr das? Er sneezt und läuft die ganze Zeit. Ist das nur bei mir so? Ne, ne, ne. Naja, ich, 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 ich laufe, ich bin doch, wir werden nicht im Suro sterben. Aber ein Hornissen, ne, ist mir jetzt nicht das. Gib mal Holz bitte rein hier in den Ofen, ganz links. Alter, ist das fett. Ist das viel fett. Ach du Scheiße. Komplett scared einfach. Jetzt wollen wir jetzt langsam. Wollen wir jetzt gleich nach den Tränken los. Ich muss aufs Klo eigentlich. Oh Gott. Rennen, rennen wir nicht. Nein, ich halte das durch. Was glaubst du, was ich für eine Blase hab? Weißt du, ich bin so ein Typ. Ich bin in einem Rank-Game in Lore. Und merke, dass ich aufs Klo muss. Und ich queue einfach jetzt nächste rein und gehen wir noch nicht. Sind eigentlich unsere Tränke auch vergiftet, wenn du die jetzt mit Gift machst? Was ist was los? Ach so, sie kommen. Die Hornisse. Junge, der stirbt uns gleich. Aber Minimi nicht tot in Suro, sondern in real life. Auf Dach ist Creeper. Mach weg, Chef. Die ist am Fensterrahmen. Mach einfach auf. Mach einfach auf. Einfach auf dem Dach. Der ist ja auch raus. Oh Gott, oh Gott. Es ist kein Gift mehr. Es ist kein Gift mehr. Nur 60 Sekunden lang. Nein, ich geh jetzt nicht dran. Ihr gebatet mich. Junge, Alter, bei Minis ist echt Ausnahmezustand gerade. Ja, Alter, da ist gerade Alarmstufe rot. Junge, was? Aber er braucht halt noch nebenbei wie ein Weltmeister. Okay, Lungs. Are you ready? Ja. Das ist kein Team, glaube ich. Echt? Ja, diesen Bergmann ist hier auch bei Sparkbase da vorne. Die haben immer dieses geile Häuschen gebaut. Wollt ihr da hingehen oder was? Wo sind Bastions so eigentlich? Da vorne sind die. Da vorne sind die. Safe? Die wollen wir jetzt im Portal. Die wollen wir jetzt im Portal. Die wollen wir jetzt im Portal. Speeden wir? Wollen wir speeden? Sind die wirklich das? Warte, was ist das? Wollen wir? Ja. 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 Und rein, Jungs. Habt ihr auch Regeneration rein? Nee, nee, nee. Das noch nicht. Einfach rein, einfach rein. Gift dran, wenn ihr welche habt. Und rein. Manche haben noch nicht gepottet bei denen, by the way. Ab and hit, ab and hit. Der ist gemacht. Dombra komplett gehittet mit der Gift Potion. Komplett. Die muss so low sein. Aber dann? Schön. Bei mir ist ein Basti und so. Nein, ich bin so ein Richard. Oh mein Gott, Alter. Brauchst einfach auf, da kaffst du. Ja, ja. Oh, ich hab so FPS Decks. Hat er einen Hit? Hat er einen Hit? Nutz Speed. Lauft, nicht zu viel schießen. Nutz Speed. Boah, also Brian ist low. Ich hol mir Brian. Mini, ich bin der hier. Der Spectral Arrow ist so broke, Alter. Holy Shit. Seid ihr hinter uns, Jungs? Ja, warte. Die haben, glaube ich, keinen Speed 2, by the way. Es leckt. Es leckt, es leckt, es leckt. Obwohl, ich schlag's immer nicht. Die haben keinen Speed 2. Du bist ein bisschen close, wir sind direkt in der Tür. Ja, ja. Ja, ja. Einer von denen ist im Wald gelaufen, ne? Einer hat Hit. Das Speed ist weg. Oh. Vorsicht, Vorsicht beim Ranking. Hinter uns Creeper, hinter uns Creeper, hinter uns Creeper. Vorsicht. Ich bin abgeschossen von irgendwo. Ja, ich auch. Aber ich hab den Hof. Wer ist hinter uns? Wer ist hinter uns? Oh Gott. Als ob. Was? Gott. Hinter uns ist Phoenix. Lass turnen, lass turnen. Phoenix ist allein. Wo? Lass Phoenix holen. Hier hinter, genau. Ne, Bumi, Bumi. Oh Gott, war das so dumm. Ne, das ist Brian, das ist Brian. Ja, die sind da reingegangen. Oh. Oben auf der, oben auf der Wall phasen. Vorsicht. Die sind auf jeden Fall gedraint. Die sind auf jeden Fall gedraint. Warte kurz. Chill kurz. Kommt die Spawn Jungs? Ja, ich bin direkt neben dir. Wir nehmen. Seid die beiden? Faces hinter mir. Ja, wir sind hinter dir. Du kannst Wasser use'n phasen, ne? Hängt dran. Sind das jetzt fünf? Ja, das kann Bastion so mieten, oder? Ja, ja. Ich bin ein Extrem Bloner. Wie hast du? Ähm, fünfe und halb. Aber Absorption. Wo ist Basti? Sie sind immer noch groß hinter mir. Kommen die Spawn, die Jungs? Ich weiß nicht. Basti, wir sind bei Basti. Kommt nach rechts, kommt nach rechts. Drift nach rechts, drift nach rechts. Nice, dann wird's halt. Ich trinke Rack. Hab einen getroffen. Die laufen weg, die laufen weg. Ja, hinterher. Da kommt, da kommt. Ja, okay. Mini Rechen. Also sorry, mir ist jetzt so scheißegal, dass wir mehr sind. Leon, wie viel, wie viel, äh, wie viel Geld? Die gehen nether, die gehen nether, die gehen nether. Oh Gott. Die gehen jetzt nicht nether, oder? Doch. For real? Ja. Die kommen nicht. Serex, einer von denen ist tot. Einer von denen ist tot. Serex. Lass jetzt doch drauf gehen. Jetzt mit, alter. Danny, was ist los, oder was? Die kommen. Die sind rechts, die kommen rechts, die kommen rechts. Wir werden halt gechased von denen. Danny, Danny? Ja. Da sind sie. Ja, lass drauf, erst drauf. Und Wald? Er hat Hits. Komm gleich, Junge. Oh, hinterher, hinterher, hinterher. Ja, okay. Ich bin aufm Weg, ich bin aufm Weg. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr spawnen? Wald, Wald, Wald. Ja, wir gehen spawnen. Wenn du spawnen gehst, kannst du die abfangen vielleicht. Die wollen wieder nether, glaube ich. Die wollen wieder nether. Ja. Ja, safe. Wetter gehen wir nicht hinterher, oder? Nein, aber lass die im Portal spammen. Lass die im Portal spammen mit Arrows. Die kommen halt weg, oder? Da ist noch einer am spawnen. Das sind ganz viele am spawnen. Spark of Helix am spawnen. Lass drauf, oder? Lass drauf, oder? Lass drauf. Ey, alter, Jungs. Ich kriegst hier so viele Arrows von euch. Hat wer Heel? Hat wer Heel? Ich hab nix mehr zum Hallen. Hier. Wenig. Danke. Warte. Okay, da hinten ist noch die Bergmann-Fraktion, aber die interessiert uns jetzt erstmal nicht. Weiß ich, ob es lohnt. Die sind halt netter gegangen, ne? Die sind halt netter gegangen, ne? Wer hat deine Hunde gejoinkt? Dinger, die sind einfach gestorben. Das ist bei den Lasten, alter. Wie heißt der hier? Dinger, wenn die jetzt noch rauskommen. Der hier hat anderthalb Herzen. Wait, wieso? Ja, schreibt sie mal hoch. Ja, ich hab ihm eine Rakete abgeschossen. Echt? Ja, ich hab's nochmal einmal. Wo sind die anderen hin? Ey, Jungs, nicht splitten, Jungs. Chill mal jetzt ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Das hast ja klar. Wenn die jetzt rauskommen, phasen das, phasen. Ganz kurz. Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Boah, ich bin maximal getriggert gerade. Wie kann denn so ein Scheiß passieren? Ja, Max, hast du noch Feile zufällig? Ja, komm ran. Ja, voll einfach. Leck. Ich hatte gerade echt einen Herzinfarkt, weil das nicht sein kann. Gott, danke dir. Stell dir vor, jetzt einfach töten. Stell dir vor, jetzt schieße ich einfach auf ihn. Hast dir was gegeben? Ja, ja. Ich hab gerade eine Heepotion. Soll ich ihn abschießen? Nein, mach nicht. Ich kann alle vier töten jetzt. Ich glaube, mein Pfeil rutscht aus. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Ich will weg hier. Ich hab keinen Bock auf Phantoms. Ja, jo. In die Mitte? Okay, ja. Aber zählt das auch im Nether? Phantoms können im Nether nicht spawnen, glaube ich. Warte, was ist im Nether? Also, lass unter die Erde gehen, oder? Nein, nein, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir sind hier. Also, in der Mitte sind sie dann aber nicht. Nicht, dass sie jetzt trotzdem hier so. Dann logge ich mich aus. Aber wir stehen dann hier wie eine Wall, okay? Wir stehen hier wie eine Mauer, Jungs. United we stand. Also, ihr habt sechs gegen vier gefeilt. Ja, fünf gegen vier. Fünf gegen vier. Na, das geht ja noch. Ehrenmann, danke. Und wir meinen Follower und dir meinen Follower. Junge, das ist so laut. Zieh mal Lohre! Oh mein Gott! Was los? Junge, einfach ein fucking Blitz auf mich eingeschlagen. Was ist das jetzt? Wie viel Damage? Da kommt ein Quentin. Fabo, es kommt! Fabo, es kommt! Es kommt! Hey, was verpasse ich denn jetzt? Obelisk? Ah! Tötet sie! Ich bin doch beim Obelisk! Fabo! Ah! Ausgecrittet! Da kommt noch einer! Rechte Flanke! Ich glaube, das Event ist vorbei. Ah! Ist doch nicht! Nice try! Hier ist so ein... Oh mein Gott! Basti! 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 Das ist ganz, ganz gefährlich! Das sind nur Pferde, Bruder! Die machen gar nichts! Nein, nein, nein! Die haben mich schon mal in der Challenge gekillt! Ja, dann geh doch weg! Dann komm doch! Geh doch weg, da Basti! Komm doch zu uns! Fast Bridge! Was machst du denn? Geh doch einfach runter und lauf! Junge, Basti! Hallo Jungs! Was seid ihr? Mates! Hier! Ja, die Folge... Also es ging schneller irgendwie... Oh fucks! Ich bin mit dem Projekt fertig! Keine Wien! Ja, das war's Jungs! Du hast mit der siebten Folge Minecraft leben, liebe Freunde! Ja! Nächste Woche bauen wir ein Haus!